Du musst hier auch mit schwierigen Hürfen arbeiten, du musst ein gewisses Risiko geben. Pukka und das macht er relativ entspannt. Und da kommt keine Hilfe. Und von herausgespielten Punkten gibt es durchaus immer wieder schöne Aktionen. Jetzt aber klasse Defense. Gerade bei den Münchnern defensiv. Der Seck, Keppeler und Ibaka ist schon wieder da. Andere Lauf in die andere Richtung. 7-0 Tübingen. Obst über die Blöcke geschickt und Drankowicz vergessen. Hat den Big Man jetzt gegen sich. Achtung Keppeler, es könnte schnell werden. Ist natürlich dann wahnsinnig schwer zu verteidigen. Obst. Oha. Ungewohnt. Erstmal so ein bisschen. Ist das schon bei einem Schützen wie Andy Obst. Der kriegt den Ball doch noch los. 21,30 in die Führung. Für den FC Bayern nach den ersten 10 Minuten. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Der Ball rüber auf die andere Seite. Zu Weilerberg. Deutlich tieferen Kader. Oftmals versucht man es dann über Offensive zu lösen. Der Ball geht nach innen. Francisco. Paul ist da. Es geht wieder an die Linie. Ich habe die Tübinger in dieser Saison live. Immer wieder auch gegen die Top-Teams gesehen. Also zum Beispiel gegen Alba. Diese Rhythmusumstellung, die tut ihm nicht gut. Zack. Und schon gibt es diese Antwort. Wenn Sie ein bisschen befreiter aufspielen können, dann taubt Ihnen das mehr.